Ich hab so'n geilen Bug, ich kann nicht aus dem Spiel raus, wenn ich schon einmal drin war, deswegen musste ich jetzt noch mal rausgehen. Echt? Good job? Danke, kein Problem. Oh, mein Halt drin fehlt. Dann nicht fertig. Das ist Fummel, oder was? Gut, Xubat. Gut. Was denn? Du hast Barrier gedrückt. Ne, ernsthaft jetzt. Alter, ich hasse mein Leben, Alter. Diese Action hier. Der Dummheit. Ey, wir haben Darius im T-Go-Go. Ja, ja, jetzt hör mal die Fresse. Nein, Klopfer, da sind sie. Aber der muss dann doch nur einen so nach hinten hauen, dann hau ich den zum Tor. Macht'n der... Was hat'n den getroffen? Die steife Axt von Mundo, Alter. Steife Axt, Alter. Ich lebe die neue Katharina, die ist so geil. Warum ist'n die geil, hä? Was ich tippen hab? Was ich tippen hab? What the fuck?! Bleib mal hier, du! Ich hab'n angestorgen und gepflegt, Alter. Total vergewaltigt, ey. Lol. Wir hatten eine Barrier benutzt. Dincht. War ja klar, dass wieder von uns einer ist. Dark, ich spiel'n nie wieder Arams mit Brandams. My name's a Vayne, na. Ich hab' keine Barrier mehr. Deswegen, es heißt nicht all random all mid, weil der Champion random ist, weil die Mitspieler random sind. Haha, fail. Ah, der fand ich schon ganz okay. Die sind so krass tanky, Mann. Ach, laber doch nicht. Wir haben den Darius, der fail ist, Mann. Wie immer eigentlich. Stimmt, Darius ist der Tankkiller. Mal sehen, ob du's wirklich... ... ... ... Ach, Amumu ist schon wieder voll? Was ist er da? Wir hatten ein Filo. Und jetzt? Au! Lass du dodge! Au! Fokus, Varos. Fokus, Amumu! Ich hab'n gelacht, der fiel auf die Eier. Au! Wir haben so viel CC, Alter, ich werd meine Old-Enie rauskriegen. Alter, lande ich echt auf den Piss. Jo, flieg's da, Alter. Jacks hat auch keine Lust mehr, wenn du das Spiel hast. Will ich nicht mehr. Das ist so'n Scheiß-Champ, ganz im Ernst. Ja. Tarius! Aber die OP ist n' Scheiß, wenn sie immer wieder viel Skiller hat. Fuck, Alter. Guck mal, wie die uns geben, Alter. Braucht dat. Was hast du denn gedacht, dass die uns nicht geben, oder was? Mhm. Deswegen wollte ich lieben. Dann bin ich ja so, nein, lieb nicht. Ja, Jon hat gedacht, Darius ist auch immer gut mit Darius. Du würdest mir nur Katarina geben müssen. Ja, mir auch. Dann wär alles GG gewesen, aber ne. Ja, im Arsch, Alter. Ihr seid auch nicht besser. Zeig mal was. Zeig mal was, bitte. Ja, komm doch noch ein Stück her, du kleiner Wichser, Alter. Kommen sie, die Feile. Komm, lass mal engage'n. Ja, klar, mit 210 engage ich, sure. Geh auch vielleicht vor. Wow. Nice, Jon, engage'n. Wow. 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 Liebe Randoms. Wolltest du schon mal erwähnen? Ja. Ja, du bist gleich... Du stirbst gleich durch die Munde, echt. Aua. Hätte mir voll das Beil in die Fresse geworfen, ey. Ja, lachen sie, dumm, Alter. Weißt du, die haben ein richtiges Team, ne? Mundol top, Amumu jungle, Alistar, Varus, Spot und Ryze mit. Was haben wir? Wir sind alles durch und durch. Durch und durch. Daran müssen wir liegen, dass wir verlieren. Ja, genau das ist das. Ja, find ich mir halt nicht. Ja, nice. Ja, ich werde es einfach rausgezogen. Also sind da fast alle tot, Mann. Ja, du bist lustig, ich mich auch gleich. Jetzt mach hier, go. Hast du den engage gesehen? Hast du den engage gesehen? Nächster. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ihr Wichser! Das war mein Quadrarier, ein Lutscher. Wer hat den Peta gestielt? Wer hat den Peta gestielt? Ich war's. Ich weiß nicht, einen hat der, wie einen hat der Javan grad gekillt, aber ich hatte eh nur einen Triple. Was macht der denn da? Wow. Der ist ein... Wow, ey. Randoms ever. Man kriegt's keinen Farm. Ja, sieht aus. Soll ich mal den Marcia machen? Ne, lieber nicht. Ich lass das machen. Nein, danke. Das war krass. Du bist so schlecht im Kopf. Ich bin tot, ich bin so tot. Du überlebst das bestimmt. Ich hab da verstorben. LOL. Ich benutze den Zins-Stahl-Schutzschild. Noch ein Bein und ich bin tot. Ich liebe es. Oh, komm, mein kleiner Musketier hier bei hinten. Okay, naja, mein. Zwei Beine und ich bin tot. Ich komme, warte. Ich brauch das nicht. Dark nimmst du die, nimm du's dir. Ja, du brauchst es nicht. Ich werd eh gleich verrecken. Im nächsten Moment, wo die was werfen. Ah ja, ah ja, ah ja. Warte. LOL. What the hell? Oh, Alter, hier ist die Flash. What the hell? Ich konnte meinen eh nicht mehr drauf... LOL. Der Mars hier! Der Mars hier! What the fuck? Alistar tanked. What the hell? Dich ein! Oh mein Gott, ist das... Das ist traurig. Nicht mal einen hat er bekommen bei den ganzen Lohle. Ja, guck dir unser Zinsch an, der macht's jetzt. Ja, Mann, der haut das jetzt raus. Der reißt alle unsere Feder, reißt der jetzt wieder hin. LOL. Ah, Mann, der ist so scheiße. Bin auch da. Unter dem der Senkel wird. Okay, wer brauchst denn Boots? Ich hab auch keiner. Der Varus Lutschka in der Schwänze hab ich gehört. Mhm. Als Zinsch bräuchte man die schon. Guck mal her, du. Da, Alter. Komm schon. Alter. Paco, Alter. Was, Junge? Ich bin gesnarrt. Heilige Mutter Maria Gottes. Er ist tot. Ja, der ist tot. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Boah, das tut mir fast in den Augen weh. Komm mal her, du. Bam. Miese Action, ja. Der Tower ist gleich kaputt, ne? Schwarz kaputt, Junge! Ja, ich tank. Ist nicht. Komm rein. Komm rein. Und die werden gleich ganz überrascht gucken. Guck mal hier. Und der Arter. Ich wurscht ihnen ne Flagge hin und sie sollen erschreckt sein. Ja, wenn würde ich das nicht erschrecken, wenn plötzlich ne Flagge von dem Himmel kommen. Mich wird das erschrecken. Der ist Lord Mundo. Das ist dein Penta! Du kriegst ihn aber nicht! Das ist dein Penta! Zinscht überlebt. Hilf mir doch! Ich will nicht tanken, hab ich keine Lust drauf. Oh, unsere Tanks tanken nicht, dafür muss die Katharina tanken. Wo bin ich denn? Alter, wie das das jetzt ist so scheiße, Alter. Und Spaß! Wenn der Arter noch einmal zu nahe kommt, ich schwöre. Ich schwöre, Alter! Ich schwöre, Junge! Ich schwöre, Alter! 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 Oh, Alter! Ohne Witz! Das bleibt aber! Das sind sogar Dark-Ambonenten noch nützlich, ja! Muss ich eigentlich zugeben! Ah, ich hab kein Manner mehr! Ah, ich sag nur dem Mars hier, Alter! Deine Blutung tötet ihn! Boah, Alter! War das ein bisschen egal! Danke für die Hilfe, ne? Ja, kein Problem. Wolltest du nochmal kurz sagen? Ein Alistar tötet mich. Ja, mich hat auch ein Alistar getötet. Der Alistar hat einen Double-Kill. Wollt ihr mich verarschen? Alter, wie kann man nur so wenig Geschissen bekommen? Unglaublich, ne? Kann doch nicht euer Ernst sein. Doch, ne? Doch, bei Roller. Ah, okay. Das ist doch schlecht, dieser Sinch, Mann. Das ist so bad! Das ist so bad! So, der hat irgendwie einen Skin. Ja, wow! Nur weil er einen Skin hat, ist er ja nicht gleich gut. Naja, aber auch so, der hat sie nicht. Ich fahr mir mal die Minions, wa? Ja, oder? Spaß dabei. Cool, du hast wieder mal einen Kill. Der ist so'n dreckiger Feeder, Alter. 1.15 bist doch gar nicht gebiedelt, Mann! 1.15, Alter, WTF! Warte mal, der hat einen Kill? Gesteilt, ja? Ja, der hat jemanden gemacht. Wer hat'n dem denn gegeben, Alter? Was für ein Mitleid? What the hell?! Keine Ulti bei WTW. Ich geh da jetzt weg. Ja, fightet ohne eure Katharina. Das hab' ich ja mit meinen Liebsten. Ja, wo ist die Katharina? Ja, dich braucht man davon. Dich braucht man aber auch nicht. Also, Katharina ist voll der useless Jam im Teamfall. Im Teamfall Jam. Komm, Aja, Jungs! Braucht sie nicht. Ich kann doch ohne. Ja, komm, mach doch nicht hinterher. Ja, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht. Ich glaube, es ist wert und so. So, Mann! Du hättest die locker alle töten können, aber ne. Aja? Er rennt weg! Er rennt weg! Er rennt weg, du Schiff! Zum Creep A, zum Creep A! Bleib stehen, du Wixer! Das ist so schrecklich! Das ist so schrecklich! Ja, echt, Alter! Er kauft sich, er kauft sich die Maske! Kauf dir doch mal ein Giant Belt, Mann! Was, Junge? Schnauzier! Diese Maske ist so sinnlos auf Katharina! Ja, Alter! Eins, zwei Malzaha! Geh mir dich auf die Eier! Katriner spielst du! Ja, mein, Katriner! Oh, das stimmt! Guck mal, ich lauf mal, der bis hinsteigt! Mach doch lieber den Towers, dass du fliegen! Gibt's aber ab hier! Der kriegt's denn hier! Wow! They chase it! Gib dir doch gar nie, Alter! Mach doch mal, Alter! Wir sehen, was der Wache vorhat! Wow! Alter, wie hat er als den Tank... Ulti-Ulti! Die Ulti! Der ist immer noch ge... LOL! Das ist Spaß, Alter! LOL! Wie sie ihn chasen! Ich kann meine Ulti nicht drücken! Sie ist auch cool dran, aber sie... Ich? Wieso wollte Akula nicht resettet, bitte? Das ist echt das Scherz, Alter! Ja... Spiel hat sich gedacht, nee, kein Bock! Wollte ich mir aber auch denken, möchtest du den Borde? Super! Oh, ja! Warum ist Scheiße! Warum bist du... Warum bist du... Wolltest du hier gewinnen? Oh, jetzt... So... Zeug das mit Geld nicht! Ups! Wow, ich wurde gefeilt, Alter! Gefeilt? Ja, gefeilt! Wollte doch lieber ein Silent Fade! Ja, da kommt der Darius! Der AKS! Der AKS! Der AKS! Den Nuk scheinbar an, Alter! Das war jetzt einfach nicht will! Ich will gar nicht mehr! Damals hab ich den voll... Wo hab ich denn bitte meine Ulti-Benutzer? Sind Sie mich verarschen? Warum ist die auf cooldown? Warum ist die auf cooldown? Weiß ich nicht, Doc! Ich hab' ja nur gesprungen, aber... Wie wär's, wenn ihr mal alle aufhört... Wie wär's, wenn wir... Wenn wir alle mal aufhören, useless zu sein und endlich mal dem Sinch helfen? Wie wär's, wenn der Sinch einfach mal die Fresse hält? Nee, Alter, der Sinch ist der einzige gute Spieler in unserem Team! Sinch nicht helfen, aber er ist nicht useless, weil er uns nicht hilft! Ja, ganz genau! Der Sinch... Flinsch, wenn man den Mund neu erwartet, dass wir ihn töten! Na! Soll man mal! Guckt... Was ich alles in den Busch ballern! Ist nicht mehr feierlich! Ich hab voll direkt... Ich hab voll direkt... Verpiss dich! Ich hab keine Ulti! Was du... Guck mal, guck mal, guck mal! Wow... Ich hab' dem Held gegeben... Ich dachte, wir sollen ihm helfen! Was ist los, Leute? Los, helft ihm! Auf dem Eiligster! Nice, good job, good job, good job! Leute, 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 Leute! Wer hat gestiert? Katharina? Achso... Ich hab' gar nichts... Was wollt ihr? Daaa... Daaa... So ein Taktion-Dix-Tam... Nice, das ist doch... Tower, Tower! Das war ein Spiel vom Weizen... Das war ein Spiel vom Weizen... Ich hab' 2,4,3 gesehen, Junge... Ich bin voll der Support... Boah, der Spiel war gündlich... Ah, das tut zu weh... Das hat KS... Das KS... Das KS... Das KS... Wundersch... Was denn für KS, Alter? Was wollt ihr? Ziehen ran, los! Also... Können wir nicht gewinnen... Huuu... Ja, genau... Du bist so ein Geißer, Mann! Ich wollt' eigentlich noch mit meinem Tee spielen, als ich denke, dass es keinen Damage macht... Was, du spießt an deinem Penis rum und denkst, das macht keinen Damage? Ja, das auch... Mach mega-Damage, Mann! Das macht den richtigen Schad! Einfach die ganze Zeit ner Bitch in die Fresse klopfen! Guck mal, keiner merkt, dass wir hier sind... Komm mal rauszukrepen! Lass nicht Respekt, dass wir über Bitches reden! Wir sind alle hier drin! Komm mal! Nein, wir sind nicht hier drin, euch! Bam! First Steal! Fuck! Ich seh mich fokussen, Alter! Was für Nutten! Go, go, Dark! Pentacle! Leute, wie hab ich den denn noch bekommen? Lol! Interessant! Wieso hab ich das Gefühl, dass der Varus im Moment der Fokus sein sollte? Weiß ich nicht! I don't know! Wie kommst du da rauf? Und mir scheint er nicht so stark, wie ich dachte! Das ist nicht genug Damage! Ohne Witz, ich spiele Varus als Jungler To make tons of Damage Ich hab mir auch immer ne Trinity als Jungler Äh, als Varus Pack! Wer braucht schon mal die Resistenz bei meinen Wards? Ich hätte mir was anderes gehabt, ne! Du hast vollkommen recht, wir brauchst du das schon! Alter! Alter! Der hat sich echt geholt, Alter! Ja, Mann! Scheiß drauf, Alter! Boah, langsam gehen die mir auf die Piss, Mann! Flinch mal was! Go, go! Jetzt mit uns ist der Ulti, Mann! Der ist zum Bett und gekäfigt! Oh, sorry! Käfigt? Käfigt würde der... Ah, du! Will auch mal was! Und dann mein Lieber! Ich will aber was nicht! Das mach ich nur, wenn ich Lust hab! Und dann Mittwoch! Dann Mittwoch! Das sind schon so gut! Aber ja stimmt, lass ihn sterben! Ja, nein, schade! Ja, nein, fahre! Das ist alles! Easy, denn Master Action! Oh ja, guck mal den Alistair an, wie er frisst, wie er kassiert, der Junge! Johan, komm mal mit mir! Du musst mal genau synchron mit mir laufen! Double Gläufe! Double Steel! Panther Steel! Du bist doch Arsch, Alter! LOL! Ich will aber jetzt den Amomo! BITTE! Jiiiihihi! Fucken! Jetzt vielleicht, Alter! Das kommt schon geil! Ich wollte den Amomo! Ja, genau! Ich wollte den Amomo! Ja, genau! Ich wollte den fucking Amomo! Ja, genau! 3,5,20, Alter! Das sind für Stunts! LOL! Boah, bist du scheiße! Alter, du hast so 14,5 als Darius! Wir haben 35 Kills! Mies! Wie wahres Schuld hat sich gezogen! Na, Dark? Ja? Ich hab ne Wandsmail, ist kein Problem! Ich zerleg' alles! Du hast echt ne Wands? What the fuck? Watt, hast du mich? Ich hab ne Wandsmail! Lass mich hier im Bus campen! Komm mit, du Missgebot von Käfer, Alter! Wow! Wow! Dieser, Alter! Dieser Zins! Der macht mich so traurig! Mich macht er stolz! Der überlebt wahrscheinlich auch noch, oder? Alter! Der stolzte Jugend, dieser Zinsch! Lass mich mal im Panzer halten! Loll! Dürfte nicht so schwierig sein mit Darius! Dürfte nicht so schwierig sein mit Darius! Doch, wenn ich dabei bin! Geh mal weg, Zinsch! Das ist mein Heal, Ding! Verpiss dich! Geh mal weg! Geh mal weg, Alter! Da! Du bist ein Pasi, ne? Ruhig dich, Mann! Das ist alles, komm her! Du kriegst den Heal! Dumpster! Ja! Dumpster! Ja! Hab ich Barrier! Oh, ich bin so langsam! Du brauchst ja Boots, Mann! Boots! Normal, ich hab Zavis! Weisch was du haaarsch! Ey, guck dir die Rise-Items an, so gut! Bei der Zinsch denk ich aber, what the fuck, ich geh jetzt einfach an! Haha! Ich kann alles weg tanken, Mann! Oh, danke! Überlebt das noch, gell? Macht keinen Spaß! Überlebt das! Da wird Ulti reingesprungen! Fünf Leute und keiner war da! Einfach überlebt! Ganz klar! Warte! Überlebt! Und jetzt sterbe ich trotzdem, weil ich kackend bin! Nur tue ich nicht, weil ich geil bin! Ja! Ja, ich kämpfe! Lol! Jo, hör rein! Ich hab den Mund auseinandergenommen! Ich verstehe immer noch nicht, warum wir den Tank sind! Bleibt Ulti! 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 Hahaha! So lach! Hahaha! So lach! So lach! Oh fuck! Hahaha! Ja, sie haben unser Tor! Boah, wir könnten das sogar... Ne, könnten wir nicht! Ey, Quatsch! Doch könnten wir nicht! Ja, genau! Das hab ich gemeint! Ohne Creeps machen die gar nichts! Da hab ich mehr für Items kaufen! Du weißt es nicht! Randoins! Wow! Der, 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 der Execute! Atemars! Ne! Atemars! Erst Randoins, dann Atemars, oder? Ja! Ist gut! Ja! Wow! Na ja, du! Ich hätt, ich hätt so gelacht, hätte der KS! Ich hätt so gelacht! Mann! Geh doch weg, Alter! Geh doch weg, Mann! Geh doch weg, Mann! Alter, wie das jetzt schon eine Mission nicht aufgelegt! Hahahaha! Was geht's? Demi, kurz! Bis in die Base und auch weiter! Der läuft straight in die Base und denkt sich, hey! Ich muss jetzt meinem Team helfen! Hab ich den getötet? Ich kann alles und noch mehr! Was, hä? Was, hä? Was, hä? Warum springst du nicht zu? Weil ich dachte, dass die anderen auf mich gehen! Was, hä? Was? Ne, ihr müsst ihr nicht helfen, ehrlich! Ja, dann müssen wir! KS um eins! So gut, scheinbar, Alter! Der braucht vollen Skill für den! Komm, Jürgen, der verliert sogar einen gegen Alistar! Voll der un- useless, scheinbar! Alistar war voll Damage, Mann! Der macht echt voll Damage, Alter! Was geht? Fighten wir, fighten wir! Kein Fight! Alistar ist okay, Alter! Mein Geld, danke! Ich hab 25 Assists, was du... 28! Was gehen? In Deutschland gehen ein Lied! Rhyse lebt! Das macht mir jetzt aber Angst! Oh, Varus lebt! Lass mal den auf den Varus gehen! So viel! Klapp von, du bist nicht mal hier, Alter! Ach ne, das ist 6 Uhr! Jetzt verwechselt schon eure Stimmen, Mann! Hä? Weh, wir wechseln! Du hast R gescheit! Haha! Hahahaha! Hahahaha! Kald's... Er wollte sich an mir rechnen. Oh fuck, der Amo hat da ein bisschen. Hrrrrrrrrrrrr! Tal Small, Mann! Tidal Small, Mann! Hahahaha! Oh der Fall kommt! Hatte ich jetzt aber Angst! Lass mal den Varus jetzt töten. Lass das mal lassen. Bam. Lass es. Bam. Lass es. Bam. Lass es. Bam. Lass es. Willst du mich amo-moa? Au. Ja, er will den. Nee, nicht amo-moa. Sicher, Rave. Du musst alles entgegenkommen. Was? Was zum E-Erein? Bist du bescheuert? Oh, god, fight it. Oh, ist mir egal. Was wollen die jetzt von mir? Der Pipex kann ich nicht machen. Ja! Pipex hat meine... Nevermind, b****es! Ich kann auch nicht mal meine Ultra drücken. Nein! Nein! Bitte nicht, Dark, bitte nicht. Achso. Oh Leute, Klopp verlebt er noch. Ja eben, deswegen wollte ich grad helfen. Das ist voll der gute Plan. Gleich auf Varus, auf Varus! Ah, scheiße! Kann der Mono sich mal verpissen? Alter. Du erlebst das bestimmt, wenn du jetzt nur weiter machst. Alter, was geht mit dem? Was geht, Alter? Die wollen mich. Wofür hast du denn das geschafft, ey? Jeder will. Dieses Aram ist so krank, Alter. Du hast doch die Beste gemacht. Ne, der Nexus hat nur noch... Hat nur jetzt noch 2.000. Lass gleich mal einfach durchrennen. Ja. Geil, guck der Sinsch an, Alter. Dieser Sinsch, Alter. Der macht mich so traurig. Nein, KS. LOL! Er hat sie alle aus der Ult gezogen. Ich will jetzt rot. Boah, ich hab meinen Killer, Alter. Ich hab keinen Mana mehr. Ach, scheiße. Den Kred, dann hol dir Mana. Ja, haha. Gönn dir mal Mana. 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 Nächster, meiner. Göt Gold. Sag ich auch nicht. Hallo Ladies, und Gentlemen. Und Klopfer. Super. Ey. Wut, ey. Komm, jetzt gib ihn mal. Mach mal nen Panther, ey. Drei Leuten. Boah, Neven Nexus ist noch nicht mal ganz full live. Alter, ich glaub unser Stemmann ist AFK. Na, endlich. Was, endlich? Besser AFK als Fienden. Wir werden verlieren, deswegen. Wir werden verlieren. Besser wie dieser Java. Ach so. Komm mal bitte her, Dark. Auch immer nen Samtziel. Hast du voll absichtlich gepackt, Diren. Wir müssen den Varus fokussen. Sag mal. Ja. Alter, dieser Munde geht mir so auf die Eier, ne? Der geht alles auf mich. Boah, Stim ist wieder da. Jawohl. Jetzt gibt's Beef, man. Alter, jetzt geht's los. Wenn der reingeht, muss man mit dem auch mal rein gehen. Der hat nen Thornman, Alter. Was geht da ab? Lass das mal. Hahaha. Ne. Seh ich nicht ein. Ja, seh ich auch nicht ein. Der will. Der will. Okay, go, go, go. Er geht rein. Go, go. Auf den Varus. Auf den Varus, ihr Volllippen. Auf den Varus, ihr Volllippen. Da. Na, ihr habt ja meine Ult. Wow, Alter, ich wurde in der Ult gefangen von... Ich war das. Ich hab den ja nicht getroffen. Und es geht mit dem, was kann ich Eier essen. Der Sincht, Alter, was geht mit ihm ab? Das ist 8 von Eier. Das ist mein, aber bis dich das Sincht, Mann. Das ist schnell genug. Die... Hahaha. Alter, wie unsicht das Sincht wird, ey. Fertig. Warum macht ihr viel Schaden, in der Base? Er macht nichts, ich mach 231. Er macht 230. Ihr macht es trotzdem, Alter. Nein, nein. Der Eni ist wieder da. Och ne... Nein, nicht wirklich... Okay, Varus. Und Tod. Nein, nein. Alter, wir leben hier, die kleine Wichse. Er ist tot. Nein. Bleiben hier, Dinger? Stimmt, nie. Er bleibt mit dem Herz. Der Sieger der Herzenliste, ich auch will mal vergehen. Nee, bei dir noch gar nicht. Aber ich sagte auch, wenn wir verliehen. Der hat keine Ulti mehr, oder? Der hat Ult. Was meinst du, warum der zu uns läuft? Weil der jetzt auch Ult hat. Rartudu? Ich hab hier einen Busch im Warte. Ich auch. Busch kennt euch das? Nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Alter, unsere Tanks müssen wir mal reinlaufen, ey. Sinch. Genau, Alter. Sinch, Klapper, hallo, rein. Ich hab nur 203, kann da nicht rein. Ärgerlich, oder? Ähm, zack. Dann muss man schon den Brutal. Oh, what the fuck? Alter, dieser Sinch. Ich bin den mega amüsant. Der macht Spaß. Er will rein, Ulti. Sicher? Der Arm, Momo. Get silenced, lol, doch nicht. Der Arm, der ist gar nicht so schlecht, der Sinch. Der weiß, was retten bedeutet. Der opfert sich fürs Team. Wir könnten fighten. Wir könnten fighten, wir müssen fighten. Die fighten wir nicht. Auf den Varus! Hä, warum konnte ich meine Ulti nicht drücken? What the hell? Ich war einfach tot. Hä, warum konnte ich den Quartner nicht... Warum ist das so gut? Wie der Noobchamp noch einen Kill bekommt. Wir verlieren das echt noch, ne? Quatsch. Ja, aber... Warum weiß ich jetzt? Warum wohl? Warum wohl? Du einfach über EDLT hattest und nichts... Einfach... Du wachst, ist einfach. Okay, was ist jetzt eigentlich mit dem Sinch? Was hat der denn? Ja, Alter, komm, mit 1,30 kannst du dir wohl nicht... ...wohl nicht gut nennen. Ich muss echt Varus... Ey, lass mal Varus fokussen. Guck mal, wie viel damage der was hat. Er ist nicht von zurück, weil... Wie er sieht, wie er sieht, wie er sieht worden sind. So, ey. Good Job, Alter. Oh, das war Spaß. Okay, doch nicht so gut. Ey, wir haben die Tower. Warum hat er unseren Tower damit gesaved? Ja, nicht schlecht. Er hat den fucking Tower gesaved, ey. Ja, Mann. Wir sollten ihn dafür verloren. Wir sollten ihn dafür verloren. Wir sollten ihn dafür verloren. Wäre gut, wenn Darus nur ein bisschen mehr damage machen würde. Mach genug. Darus ist fucking useless, Alter. Ja, Mann, Darus braucht keinen Schwenk. Der wird sterben. Auf den Varus gleich, auf den Varus. Alter, was wollen die von mir machen? Läuft! Läuft, kommt jetzt! Okay, Dark. Okay, GG. Go, mach's fertig bitte. Wieso ist der so schnell? Mach's einfach fertig. Komm, dich ran bitte aus! Ich hab ihn ge... Es geht los! Er bleibt den! Du! Fixer! 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 So muss das! So muss das! Und du kriegst den Kipp! Cutter? Cutter? Cutter! Christian, ihr kriegt das schon alleine hin, oder? Ja, ja, klar. Drei Monate. Ich will aufs Siegerbild. Ich auch. Ich weiß, ich wollte eh cool machen, Digger. Dieser Noob-Singh, Alter! 1,14! War einfach zu einfach. Haha, ja! Also ich muss sagen, der Sinch war mit Abstand der beste aus unserem Team. Wir sollten echt langsamer wieder trainieren. Natürlich. So peinlich, Alter! Ich bin natürlich zehn mal Zeit hier! Ich weiß, ich hoffe, es ist ein D bisschen.